In Zeiten der Klimakrise wird ständig von Nachhaltigkeit gesprochen. Aber was ist das eigentlich? Für viele heißt das mit dem Fahrrad statt dem Auto zu fahren. Manche sagen, nachhaltig ist es im Biosupermarkt oder regional einzukaufen. Das Wort Nachhaltigkeit war ursprünglich auf die Umwelt bezogen. Es beschrieb die Regel, dass Abholzen und Aufforsten des Waldes immer im Einklang stehen müssen. Aber Nachhaltigkeit bedeutet viel mehr als eine gute Umwelt. Auch die Wirtschaft und die Gesellschaft sollten nachhaltig agieren, denn sie beeinflussen sich gegenseitig. Nachhaltigkeit bedeutet also, dass man die Auswirkungen seines Handelns langfristig bedenkt. Für Laura ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Wort. Sie achtet in allen Lebenslagen darauf. Daher will sie auch bei der Geldanlage Verantwortung für die Umwelt übernehmen. Doch was bedeutet Nachhaltigkeit in der Geldanlage? Das beschreiben die in der Finanzbranche bereits lang etablierten ESG-Kriterien. Diese drei Buchstaben beschreiben drei nachhaltigkeitsbezogene Verantwortungsbereiche von Unternehmen. E steht für Environment. Investiert wird in Unternehmen, die Umwelt, Klima und nachhaltige Energie unterstützen. S steht für Social. Diese Investitionen wirken sich positiv auf Arbeit, Gesundheit und Gesellschaft aus. G steht für Governance. Damit wird eine faire Unternehmensführung, Antikorruption und Transparenz gefördert. Bei ihrer Recherche nach einer nachhaltigen Lebensversicherung trifft Laura auf die Wiener Städtische. Als erster und bislang einziger Versicherer in Österreich hat die Wiener Städtische für eine Lebensversicherung das österreichische Umweltzeichen erhalten. Mit der fondgebundenen Lebensversicherung Eco Select Invest kann Laura in nachhaltige Fonds investieren und hat gleichzeitig gute Ertragschancen. Dabei hat sie zwei Möglichkeiten. Entweder eine Auswahl aus einer umfangreichen Palette an nachhaltigen Fonds oder vorgefertigte Themenbaskets als mögliche Startallokation. Mit dem Basket Future Fit kann sie in Fonds mit Anlageschwerpunkt auf Umwelt- und Klimaschutz investieren. Entscheidet sie sich für Fair Economy, investiert sie in ESG-Kriterien entsprechende Fonds mit Fokus auf breite Nachhaltigkeit. Eco Select Invest bietet Laura hohe Flexibilität und viele Wahlmöglichkeiten in allen Lebenslagen. Zweimal monatlich kann Laura ihre Fondauswahl kostenlos ändern. Auch bei der Höhe der Einzahlungen, der Laufzeit und bei der Auszahlung ist sie flexibel. Laura entscheidet sich für den Eco Select Invest mit Umweltzeichen und investiert jetzt mit gutem Gewissen. Fordern auch Sie Ihr persönliches Angebot für Ihre nachhaltige Geldanlage online an und lassen Sie sich von unseren Expertinnen und Experten beraten. Übernehmen wir gemeinsam Verantwortung. Wichtige Informationen, Rechts- und Risikohinweise finden Sie in unseren vollständigen Verkaufsunterlagen und im Basis-Informationsblatt auf unserer Website. Vielen Dank. Vielen Dank.